moin leute er hat mich sehr dass ihr eingeschaltet habt heute zu einem neuen video und das thema von diesem video ist margen brusaga schräg schräg battle of wits ich habe hier das apt team als team gebaut vielleicht interessiert den einen oder den anderen wir haben nämlich bei den hardest hitting tur sozusagen auch die teams dabei gesehen und videl hat sehr interessant geschehen deswegen möchte ich auch gerne mal dieses team ausprobieren das war das damage lastigste margen brusaga team wir haben in der ersten rotation physisch video und tech video und in der zweiten rotation str videl plus physisch stehen ich würde es ausprobieren einfach mal schauen uns einfach die rotations an ich werde diesmal keinen appetit dazu sagen und machen ein paar einschnitte ja floder str super video beide plus der super seit schon zwei great salmon aus dem world tournament schauen uns das ganze an alles auf rainbow betrachtet alles mit equipment ausgestattet dafür würde ich sagen ab gehen wir rein in die rotation damit sind wir dann auch in der ersten rotation physisch denn und str videl die teilen sich kürzisch gold judgment und fürs battle ich habe hier natürlich mir gedacht kommen packen wir sie ins extrem super battle oder die super stage da sind wir am besten wie videl sich so verhält und nehmen wir mal freezer raus denn 50 prozent chance habt ihr zu deutschen wenn ihr dort dann seid ihr typen effektiv für eine runde bekommt ihr einen angriff abkriegt die 58 prozent attack 270 k für eine super tag ja tut schon ein bisschen weh aber easy tankbar double digits durch die normale text 4,4 millionen typen effektiv also rechnet mal so mal 1,6 quasi mal 1,5 dann seid ihr auf dem wahren attack set plus eine garantierte super attack hinterher shepherd ordentlich rein nicht nur das wie auch hier zu sehen ihr bekommt eine erhöhte chance dadurch dass sie eine garantierte super attack im ersten und zweiten slot macht auf einen hidden potential additional sprich klar ihr müsst natürlich bedenken 50 prozent der hidden potential additional ist eine sa 50 prozent der ist normal attack im endeffekt habt ihr aber wenn ihr ein bild habt von 15 additional 11 grit mehr als 30 prozent additional denn ihr müsst so rechnen 1 minus 70 prozent die erste super attack dass ihr kein additional macht mal 70 prozent auf der zweiten super attack dass ihr kein additional macht dann habt ihr euren richtigen und wahren prozentsatz damit ein additional kommt aus dem hidden potential das sind quasi so 40 50 prozent defense technisch waren wir sehr sehr gut so 211k bei tian waren wir 150k jetzt haben wir hier mal ein szenario auch ohne support erst der super vegeto wir haben beide super vegetos als floater was fast kommen wir 3,8 millionen ist völlig fein tian gibt zumal einen defense ohne attack support für margen bu saga kategorie allies das kommt natürlich videl zugute videl macht hier ordentlich ordentlich work ja was noch geil wäre würde tian einen key support geben und sie macht immer die additionals ihre chance additional zu machen ist so hoch einfach nur dadurch dass sie eine garantierte sa bekommt drei millionen von tian sehr sehr nice ohne ohne weiteren support als floater deswegen kann sich sehen lassen jetzt kommen natürlich im letzten showcase und hier möchte ich dann einmal auch kurz in active skill machen ja videl sieht um so vieles besser aus mit langen haaren als mit kurzen haaren wir müssen das aber hier mal machen show case halber wir haben hier doppel support für videl einmal klar tien und das andere mal der crate salmon der hat ja auf jp zuletzt sein awakening bekommen das ist der haus symbol tournamento und gucken wir mal wie das reinballert ihr active skill wird übrigens getriggert dadurch dass beziehungsweise ihr ja ihr active skill und ihre unit super tag wir sozusagen getriggert dadurch dass wir den gohan im team haben das ist unser support flow da funktioniert auch sehr sehr gut mit physisch wie die to blue 6,7 millionen heftig das ist wirklich das sind wirklich zahlen die lassen sich sehen plus ihr kriegt der garantiert noch eine zweite sa das aber die erste test kommen wir zur zweiten rotation da haben wir physisch wie tito blue und tag wie die to blue und die steht der ersten rotation in genauen gar nichts nach nader niente die rotation genauso hart rein welch ich weiß gar nicht welche genau wer also welche härter ein hitz ich schätze mal wie die to blue rotation gerade weil ihr halt lr tech video gehabt anstatt physisch denn aber ja wie der macht halt vieles wird darf man auch nicht vergessen die ersten paar runden teilt ihr euch vier links mit dem tag wie die toben physisch wie die to blue power bist du bei gott 4 battle over eine flash und fused fighter durch den great salmon bekommt ihr zusätzlich super sein und prepared for battle noch heißt es fehlt nur noch kamer mh aber damit habt ihr fast alles getriggert von physisch wie die to blue ziel davon ist physisch wie die to blue immer dahin zu stellen wo die meisten angriffe sind das sehen wir auch hier jetzt haben wir den tag wie die to blue transformiert und dann wird es erst richtig sexy wenn tag wie die to blue transformiert ist dann teilen sie sich auch mehr links genauso wie kamer mh und dann seht ihr auch den schadens increase 2,2 millionen für pro super attack die zweite hinterher wie die to blue wussten wir ja alle dass er absolut das biest ist das team gefällt mir das team gefällt mir einfach so gut es ist einfach brutal wenn ihr bock habt wir wieder zusammen kann ich euch ich kann euch schon empfehlen dafür zusammen ist schon broken super video klar haben wir ja notation gibt uns kein support darf man natürlich nicht vergessen desto länger die fight sind desto stärker werden wir auch mit tag video blue und klären einfach ein event nach dem anderen und da haben wir genau hier haben wir das beste szenario die rotation genau die rotation ihr könnt auch str video ab dem punkt und rotation halten habe ich jetzt nicht gemacht ich habe die rotation beibehalten wie sie waren wie ich gesagt habe von anfang an aber drei videos und genau diese drei videos die würde ich schon gut sagen die rennen euch die bude ein die rennen euch die klärten euch alles mögliche eine ahnung das ist einfach bad shit broken physisch wie die blühe lässt nicht mal die show für die anderen da denn im das bot halt für sich selber findest ihr keller easy und jetzt stellt euch mal vor da kommen noch zwei weitere solcher titan pokers das war's von mir ich hoffe euch hat das team gefallen wenn ja schreibt zwar in die kommentare rein ich wünsche euch noch einen schönen abend wir sehen uns später im stream ciao ciao haut da rein adios amigos war mir eine ehre abonniere ich